Das samtige Blubbern des laufruhigen V8-Motors klingt in den Ohren des edel Oldtimer-Fans wie Musik. Den sportlichen Charakter aber zeigt das Herzstück der Luxuslimousine Facile Deux erst in Fahrt, wenn der 383cc 6,3 Liter American Chrysler Motor mit der treffenden Bezeichnung Typhoon Leistung abgefordert wird. Vorgestellt wurde der Facile Deux im Oktober 1961 in Paris und alle der 184 hergestellten Fahrzeuge fanden zeitnah einen Besitzer. Viele der seinerzeit prominenten Mitglieder der Gesellschaft schmückten sich mit dem edlen Gefährt und so zählten Pablo Picasso, Ringo Starr, François Truffaut, der Char von Persien, Christian Dior oder auch Fürstin Grazia von Monaco zur Fangemeinde. Die Form des Facile Deux war gegenüber dem Vorgängermodell Facile Vega HK500 deutlich moderner interpretiert, ohne an Eleganz und Besonderheit zu verlieren. Die Korosserie wirkt auf den ersten Blick wesentlich länger und breiter als beim HK500. Doch dies liegt vor allem an der niedrigen Gürtellinie des Facile Deux. Das sehr dynamisch angeordnete, geradlinige Design wird immer wieder durch sprunghafte Winkel unterbrochen. Die Kanten sind weich abgerundet. Die Scheiben wirken wie eine komplette Glaskuppel und bieten dem Fahrer einen optimalen Rundumblick. Geschickt sind die Akzente aus Chrom gesetzt. Die bewirken, dass der Facile Deux optisch leicht wirkt und dennoch seinen dynamischen, sportlichen Charakter behält. Auch beim Facile Deux erkennt man die für Facile Vega typischen aerodynamischen Elemente aus dem Flugzeugbau, wie beispielsweise an den hinteren Kotflügeln. Auch im Innenraum setzt sich im Cockpit die modische Linie der Aeronautik fort. Eine Besonderheit ist die funnierartige Maserung des Armaturenbretts und des sonst gerne verwendeten Wurzelholz modern interpretiert. Der kraftvolle V8-Zylinder-Motor ist dynamisch und bringt das 2 plus 2 Coupé in rund 10 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde. Der Fahrkomfort ist gegenüber zeitgenössischen anderen Limousinen unvergleichlich und gleicht noch bei etwa 160 km pro Stunde eher einem Gleiten. Maximal erreicht der Facile Deux eine Höchstgeschwindigkeit von 247 km pro Stunde, was seinerzeit einem Supersportwagen entsprach. Ein Viergang-Automatikgetriebe überträgt die gewaltige Kraft des V8-Motors auf die Hinterachse. Großdimensionierte Trommelbremsen an allen vier Rädern sorgen für einen sicheren Stillstand. Beim Automatikgetriebe macht sich das Fehlen einer Parkstellung beim Parken am Berg als eine kleine Herausforderung bemerkbar. Das lösten die Konstrukteur eher pragmatisch und lieferten Keil- und Haltepflock gleich mit. Beide Utensilien aus feinstem Gehölz finden sich im geräumigen Kofferraum. Damit auch das Wegfahren stilvoll klappt und der Fahrer nicht nochmals aussteigen muss, ist der Pflock mit einer Schnur zum Einholen nach dem Anfahren versehen. Der Facile Deux vereint wie kein anderes Fahrzeug die Aspekte eines Sportwagens mit dem Komfort einer luxoriosen Limousine. Er galt lange Zeit als das schnellste viersitzige Coupé der Welt. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Vielen Dank.